Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es mal darum, was ihr noch machen könnt bis zum Ende von Season 2. Weil ich glaube, aktuell geht es euch ein bisschen so wie mir. Die Luft ist ein bisschen raus und man weiß nicht so ganz, was soll man machen. Ihr könnt natürlich so wie ich einmal Pass of Exile ausprobieren. Wenn ihr das Video sehen wollt, kam gestern raus. Fand ich sehr interessant, ist kostenlos, könnt ihr einfach mal abchecken. Solltet ihr weiter Diablo 4 spielen wollen, dann gibt es ein paar Dinge, die ihr noch machen könnt. Als erstes natürlich die Mitwinterpest abschließen. Da könnt ihr euch noch eine ganze Menge an Skins holen. Da habe ich schon das ein oder andere Video zu gemacht, wie ihr am besten die Beweise farbt, um euch diese Cosmetics zu holen. Aufpassen, diese Cosmetics kann man teilweise doppelt kaufen. Deswegen behaltet immer im Kopf, welche Cosmetics ihr schon habt und welche noch nicht. Weil die werden hier immer gereloadet und dann könnt ihr die nochmal kaufen. Ist leider ein Fehler, der auch bisher noch nicht behoben wurde. Und dann natürlich ganz wichtig, da habe ich ja auch schon darüber berichtet, die Duriel-Uber-Unic-Drop-Chance wurde verdoppelt. Ungefähr verdoppelt. Genaue Zahlen wurde uns alleine nicht genannt, aber hier der klaffende Spalt Duriel-Endboss hat jetzt eine erhöhte Chance auf Uber-Unic. Wenn es vorher ungefähr 2% sind, sind es jetzt ungefähr 4%. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, was bei Blizzard verdoppelt heißt. Weil wenn es 50% sind, dann ist es vielleicht nur 3%. Ich bin mir mittlerweile bei Blizzard gar nicht mehr sicher, ob verdoppelt wirklich verdoppelt heißt. Zusätzlich zu diesem verdoppelten Hotfix mit der Uber-Unic-Drop-Chance wurde nämlich noch was geändert. Das wusste ich gar nicht. Und zwar gab es Änderungen an Metamorphosis. Und zwar Änderungen zur Unaufhaltsamkeit und zum Schaden. Wobei ich die Hotfix-Änderungen nicht ganz verstehe. Also entweder haben sie es wieder verkackt oder sie haben es falsch in die Änderungen geschrieben. Ich schreibe es euch wieder mal rein. Und zwar steht da Unstoppable Duration Change to 2,5 Sekunden. Hier oben steht aber 4 Sekunden. Und Schaden Increased von 80 bis 160 zu 110 bis 150. Aber da steht immer noch 160. Also entweder wurde das irgendwie verkackt oder ich habe es nicht. Oder ich weiß nicht, irgendwas ist da falsch. Klärt mich gerne mal unten in den Kommentaren auf. Außerdem, ganz wichtig, schaut immer mal wieder in den Shop rein. Weil es gibt ganz viele Sachen, die kostenlos aktuell verschenkt werden. Wir hatten jetzt schon 3x, meine ich, 3x oder 4x Waffenskins. Jetzt gibt es aktuell hier diesen Pferdeskin. Den könnt ihr einfach kostenlos einfordern. Nehmt das auf jeden Fall mit. Ich weiß, Skins sind nicht so das Gelbe vom Ei. Finde ich zumindest in Diablo 4. Aber haben ist besser als brauchen. Deswegen schaut hier auf jeden Fall immer mal wieder rein. Nicht, dass ihr das verpasst und euch später ärgert. Überlegt euch nochmal, ob ihr euch vielleicht den Pass holen wollt für den Battle Pass. Wenn ihr Platin haben wollt, wobei der Battle Pass kostet 10 Euro und Platin, was ihr rausbekommt, sind glaube ich nur 7 Euro. Deswegen, es lohnt sich nicht, was das Platin angeht wirklich. Aber wenn es hier Skins gibt oder irgendwelche sowas zum Beispiel, was ihr haben wollt, dann schaut da nochmal rein. Lange könnt ihr da nicht mehr den Pass holen. Das Ganze läuft nur noch einen Monat. Deswegen überlegt da nochmal, alle die den Pass schon haben, schließt ihn auf jeden Fall ab, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Schließt die Saisonreise ab, um hier eure ganzen Sachen zu bekommen. Das wird ja alles später auf den Eternal rübergezogen. Also wenn ihr hier die ganzen Sachen haben wollt, dann schließt auf jeden Fall noch den Pass ab, bevor ihr das vergesst. Dann noch eine Sache für die Platin-Hunter unter euch. Diese beiden Trophäen hier, besiegt Oberlilith und Array Stufe 50 mit einem H-Charakter, sind glaube ich aktuell so leicht wie noch nie. Oberlilith wurde extrem genervt. Die schafft man mittlerweile mit jedem Charakter, teilweise sogar casual. Die ist wirklich nicht schwer. Die macht euch zwar immer One-Hit, also da, ihr müsst allem ausweichen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen lernen, wie sie angreift und welche Attacken und so sie macht. Aber die hat echt nicht mehr viel Leben. Ich habe es mit meinem Barbaren auch für ein Bild geschafft, die zu One-Hitten. Und das waren glaube ich nur 50 Millionen oder so. Also wirklich nicht viel. Das könnt ihr auf jeden Fall auch schaffen mit jedem anderen Charakter. Man sieht es auch an den Prozenten, die gehen immer weiter hoch. Sind mittlerweile bei 5%. Und Hardcore Stufe 50 für alle, die wie ich Hardcore meiden und ich mögen. Wenn ihr die Platin haben wollt, dann ist jetzt auf jeden Fall der beste Moment, um die Trophäe zu machen. Nehmt da am besten einen Charakter, der schön tanky ist. Also entweder einen Barbaren oder einen Druiden, um die Hardcore-Trophäe zu holen. Und da natürlich direkt in den Seasonal reingehen, um dann den, ich sag mal, den Trick zu machen, um schnell auf Welt50 zu kommen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Ganz wichtig natürlich auch Weltstufe 1, auf gar keinen Fall Weltstufe 2, weil da macht ihr es euch unnötig schwer. Das ist übrigens ein Anfänger-Tipp eigentlich, den ich euch so einfach mitgeben kann. Niemals Season, ach Quatsch, Season, Stufe 2 Veteran spielen, weil die Mehrerfahrung, die ihr bekommt, ist in keiner Relation dazu, wie viel schwerer die Gegner sind. Und ihr seht schon, das was ich meine, ihr startet nämlich direkt in der Midwinterpest und ihr könnt auch in der Midwinterpest direkt bis Level50 hochziehen. Und zwar ist hier Midwinterpest ja aktuell das Event, was in Zersplitterten Gipfeln stattfindet und ist so ein bisschen wie die Blutgärte. Nicht wirklich schwer, es gibt sehr coole Events und sehr viel Erfahrung und sehr viel Gold hier zu holen. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr Hardcore Stufe 50 noch machen wollt, einfach Zersplitterter Gipfel, ich sag euch an einem Tag könnt ihr euch das durchrattern, geht keine Risikos ein und levelt hier hoch bis Level50. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen die Season durchspielen und dann zur Bluternte gehen, da könnt ihr nochmal ein bisschen schneller leveln, aber wenn ihr das nicht machen wollt, ihr könnt hier im Zersplitterten Gipfel ganz easy Level50 schaffen. Und dann noch eine kleine Sache für alle, die vielleicht jetzt zu Weihnachten mit dem Spiel starten und jetzt das Spiel neu haben. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich erstmal den Eternal durchspielen, was das heißt, werdet ihr alles noch lernen und dann in die Season rein starten, dann wahrscheinlich erst zu Season 3. Und was ihr vorbereiten könnt, ist ganz wichtig hier diese Dinger abzuschließen. Das Ansehen ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Spiel und muss einmal gemacht werden, um dann für alle Charakter freigespielt worden zu sein. Deswegen schaut, dass ihr auf einen Charakter am besten, wenn ihr das Spiel das erstmal durchspielt, alle Statuen für Lillet einsammelt, alle Wegpunkte, alle Stützpunkte, alle Nebendungeons. So, dass ihr oben diesen Battle Pass in allen Gebieten voll habt und Zugriff auf die Fertigkeitspunkte und die Paragon-Punkte habt. Weil das wird übertragen auf jeden weitere Charakter, für jede weitere Season und für immer weiter. Das heißt, für alle, die das noch nicht gemacht haben, macht das auf jeden Fall jetzt noch für Season 3 schon mal als Vorbereitung. Ich werde da bestimmt auch nochmal ein Vorbereitungsvideo machen nächsten Monat, aber dass ihr das schon mal gehört habt, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal machen. Und ein kleiner Tipp an alle, die das Spiel seit Release spielen, so wie ich, spielt doch einfach nochmal von Level 1 die Story durch im Eternal. Einfach nur stumpf die Story und genießt die Cutscenes und die Storyline. Wenn ihr wirklich Diablo verrückt seid und das Spiel liebt, dann aber nichts zu tun habt, dann spielt einfach nochmal die Story. Vielleicht mit einem Freund, mit einer Freundin im Couch-Koop jetzt zu den Weihnachtstagen. Das kann ich mir vorstellen, kann nochmal richtig Spaß machen. Einfach die Story nochmal genießen, mit einem Level 1 Charakter durchzuspielen. Ohne diesen Zwang, ich muss ins Endgame und Duriel verkloppen. Oder ins Schlachthaus oder irgendwelche Saisonreisen machen. Deswegen spielt einfach nochmal die Story durch, kann ganz spaßig sein. Das sind meine Tipps, was ihr aktuell noch in Season 2 bzw. vor Season 3 machen könnt, zum Ende des Jahres. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin ganz ohr, was man noch machen kann. Ich würde mich wie immer über einen Follow auf den Kanal freuen. Ein Like auf dem Video Leute und sage es zum nächsten Mal, haut rein.